Tja, willkommen in Grand Pulse. Geil, ne? Finde ich auch. Deswegen sind wir jetzt hier in Grand Pulse. Und, äh, ja, wie haben wir denn jetzt gerade als Unterstützung? Das gefällt mir aber nicht so. Deswegen behalten wir Null, Blitzschlag. Das wird wahrscheinlich die herausragendste. So hin und dann noch grüne Front. Ja, nur um sicher zu gehen. Ich bezweifle, dass wir das benötigen werden, aber man weiß nie. Stuhl, regt mich heute nicht auf. Wir haben zwar noch, momentan ist zwar noch alles gut, aber es kann sich ändern. So, und das ist jetzt unser allererster Grand Pulse-Kampf. Ja. Willkommen in der Hölle. Ja. Tja, überhaupt keine Probleme. Das ist ja auch nicht wirklich schwer, schwer die Gegner. Beziehungsweise wir sind stark. Die Kollegen hier sind auch nicht allzu stark. Das ist ja auch nicht. Ich werde, wenn die Leute von mir übern. Ich glaube, dass wir nicht wieder gerne nehmen. Ich freue mich über, wenn ich dir diese Reihe zu. Ich bin, dass es nicht so schwer. Und ich bin auch nicht sicher. Ich habe eigentlich nur noch gut. Das ist ja einfach versucht. Ich bin, wenn ich deposited ein bisschen. Ich bin, weil es nicht so sicher. Ich bin mir genauso. Und ich bin, das ist ja auch nicht schlecht. Ich bin, wenn ich mir nicht so schnell ge犹t. Ich bin, der ich bin da, das gerade erwähne. Okay. Ja, man ist schon ein bisschen, äh, ruhiger. Sprich, wir haben relativ viel zu tun hier. Und die Gegner halten hier schon was aus, das muss man natürlich sagen. So, glatte 3000. Wenigstens kriegen wir aber ordentlich Punkte. So, ich hab ein Paradigment vergessen. Genau, der Blitzweil. Den können wir nämlich auch noch gebrauchen. So, jetzt kämpfen wir gegen einen riesen Karamell Mousse. Mix Mousse, ja. Bescheuerte Name, der Typ hat's aber in sich. Ja, der dauert. Selbst, äh, später dauert der schon recht lange. Deswegen, man darf ihn nicht unterschätzen. Der hat schon... Hat schon ein... Ja, eine Bedeutung, also der ist nicht gerade ohne. Der kann anders, weil... Okay. Hier... Man sieht ja, ne, das, äh, der schon fast so lange dauert wie ein normaler Bossgegner. Klar, nur, dass wir 7.000 und so ziehen. So, Partizone. Warte mal, ist das eine Waffe für Fett? Ja, aber er hat nichts wirkliches. Nichts notwendiges, was wir jetzt unbedingt brauchen müssen und so. Mann, ich hasse Usten. Das ist schon nicht schön, einen zu haben. Okay. Das war's für heute. Und wieder ein Nixmuse dahinten, ne? Ja. Kann man sich schon ausmalen, wenn da nur einer ist, dann ist es meistens ein Nixmuse, der da rumgammelt. Guck mir diese Gammel an. Echt unverschämt, die Leute. Dann wir hier hart arbeiten. Ja, dann heilen die mal, statt mir zu sagen, soll vorsichtig sein. Die ist lustig drauf, ey. Klar, aber Vanille ist deutlich schwächer als Lightning. Merkt man jetzt gerade, schon einen deutlichen Unterschied. Während sie 4000 zieht, Lightning jetzt im Ende um die 6000, ne? Merkt man sofort. Großer Unterschied. Tja, hat sich das Trainieren da anscheinend doch sehr gut bezahlt gemacht. Freut mich. Ich bin nicht umsonst gelitten beim Kämpfen und Trainieren. Ja, ist schon in Ordnung. So, langsam tut's weh. Aber Fank kann jetzt endlich, ähm, ich glaub nur vier, ähm, vier ATB hat sie, ich bin mir wie leidig. Ich mach dann schon, äh, ein sehr, sehr, sehr großen Unterschied. Mehr Angriffe und das heißt dann mehr Schaden. Kann deutlich von Vorteil sein. So. Der Kollege ist down. So. Oh. 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 So this is how it ends. Just wait. How long has it been since we left Cocoon? Not a single soul for miles around. Not a single clue about this whole Lacey mess. What I'm saying is, we did well just getting this far. But we could go a little further. Meaning? There's still one place. Benio? Are you sure? I'm sure. You know, if we don't find anything this time, we won't get another chance. Meribah. The place it all began. Oh. The place where the pulse fell, Ceeley, dreaming. Benio and Fang's home. Just maybe, it'll be the place where we find the answers we're looking for. Yeah, right. If we can get there, go ahead with the help. We can't just leave you. I'll be fine. You've all taught me so much. You showed me how to fight. What did I tell you? Leave the fighting to me. I'm scared. I'm scared. We understand. You're not going to go through this ordeal alone, you know. Huh? That's what scares me. I don't... I don't want to see you get hurt because of me. It'd be better for everyone if I just stayed behind. I don't want to see you get hurt because of me. I don't want to see you get hurt because of me. Mention ordeals, and look what comes along. This is not an ordeal. This is a gift. Hope! What? This is the kind of power you've got inside. And it's telling you not to give up. Trust me. Huh? Oh, I get it. It's here to show you the way. Show you that you've got what it takes to get back on your feet and do this thing. Hey, do you mean, that came from me? Ready? Oh, come on. So, Leute. Willkommen zum nächsten Esparkampf. Diesmal gegen die Espar Alexander. Ja, der Kampf könnte schon schwieriger werden. Deswegen brauchen wir definitiv immer einen Verteidiger. So, wenn es blöd aussieht, müssen wir zum High-Faner-Digman wechseln. Das geht nicht mehr. Leben sind kann ich. Und zwar sofort. So, sofort Delta-Offensive. Wir müssen den Balken aufrechterhalten. Wir haben keine Blitzball, das gefällt mir nicht. Das ist nicht gut, wir bräuchten Blitzball. Jetzt mal drille. Jetzt mal drille ich kurz mal durch. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber hier sind die Blitzball-Digman, und so viel dabei. Ich bin der Blitzball-Digman, die Blitzball-Digman. Das ist und das ist nicht so. Wir müssen also um die Blitzball-Digman. Das ist das, die Blitzball-Digman. Das ist ja so. Ja, vorbei. Scheiße. Ja, ähm, zu falsch abgewartet. Ähm, lag daran, dass ich zu spät erkannt habe, wann ich was machen muss. Wird gleich besser.